Hallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um Kartensketch Nummer 2. Und wir benötigen wie immer einen Kartenrohling in weiß oder in der Farbe, die euch beliebt. Und ich dachte mir, es ist ja bald Ostern, also machen wir mal eine Osterkarte. Als erstes brauchen wir wieder uniformen Kartstock in der Farbe eurer Wahl. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese Karte in rosatönen zu gestalten und habe mir dazu diese beiden Kartstocks zugeschnitten. Einmal in einem kräftigeren Roseton und einmal in einem helleren. Und da oben drauf kommen natürlich wieder Designpapierreste, wohlbemerkt, die ich von etlichen Mini-Alben und Scrapbooks übrig habe. Und die kommen dann hier oben drauf. Und dann dachte ich mir, österlich machen wir noch was dazu. Und da fiel mir ein, ich habe ja vor einer Weile im Action solche süßen Osterteilchen hier bekommen. Häschen und Hühnchen und ein Vögelchen und auch Ostereier. Und da ja die Karte rosa ist, hatte ich die Wahl zwischen Huhn und Ei und ich habe mich für das Ei entschieden. Und ich dachte so, dieses große Ei da so drauf, das sieht ja vielleicht nicht ganz so toll aus. Also habe ich von dem Ei dieses rosa da runter gefribbelt. War ein bisschen schwierig, muss man auch aufpassen, dass das Ei nicht kaputt geht. Das Ei hier, wie gesagt, auch nicht wegwerfen. Das kann man noch super dekorieren und trotzdem noch an den Strauß hängen. Also nicht wegwerfen. Ich zeige euch gerne, wie ihr das machen könnt. Und als ich das dann runtergefribbelt hatte, habe ich diese ganzen vorgebrannten und vorgestanzten Teile vorsichtig rausgenommen, rausgeschnipselt. Und dieses Ei soll dann hier hin. Und dann habe ich noch einen schönen Osterspruch. Den habe ich erstmal als Etikett aus diesem dunkleren Cardstock ausgestanzt, mit so einer Etikettenstanze, die ebenfalls vom Action ist. Und habe den Vor-Ostern-Spruch hier drauf gestempelt und habe diesen dann in weiß embossed. Und diesen kleinen Schmetterling, den ich daraus gefribbelt habe, habe ich natürlich nicht weggeschmissen, weil den wollte ich dann nämlich noch hier oben drauf kleben. Und somit ist die Karte fertig. Jetzt müssen wir nur noch alles aufkleben. Da muss ich euch ja nicht dabei haben. Ich meine, wie man was aufklebt, das wisst ihr alle selbst. Und dann haben wir unseren Kartensketch Nummer 2 schon fertig. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns zum Kartensketch Nummer 3 wieder. Tschüss.